Willkommen zu Mein Reiterhof, Pferde, Turniere und Abenteuer und das immer noch auf der Nintendo Switch. Wir werden jetzt unseren Spielstand weiter daddeln und ich denke mal noch so, ich weiß gar nicht, zwei Folgen vielleicht, vielleicht noch drei Folgen. Und dann müsste glaube ich schon wieder der Sonntag sein oder vertue ich mich jetzt? Wir werden es sehen und die neue Strecke am Strand, die hat es echt in sich und die werden wir wirklich immer wieder trainieren müssen und das werden wir auch gleich tun. Ich hoffe, euch geht es gut und eurer Familie auch. Die Zeiten sind zwar immer noch hart, aber sie scheinen sich zu bessern. Dienstag haben wir hier, okay, das heißt wir haben jetzt noch ein paar Tage vor uns. Aber die kriegen wir natürlich auch noch rum. Und ich bin mal gespannt, wo ich das jetzt aufnehme, sind es eigentlich nicht mehr viele Tage, bis ein neues Pferdespiel rauskommen soll. Habe ich ja schon mal erwähnt und ich habe schon wieder nicht nachgeschaut, wie dieses Spiel heißt. Ich glaube, es hieß Horse Club, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich meine Horse Club, also Pferde Club. Und das habe ich mir natürlich auch vorbestellt. Jetzt hoffe ich natürlich, also ich habe es jetzt nur für die Switch geholt. Jetzt hoffe ich natürlich, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen, nachher abduschen. Dass es A, pünktlich kommt. Oder B, für die Switch mal wieder nicht verschoben wird. Das ist ja bei der Switch des Öfteren das Problem. Dass wir manchmal auf Spiele ewig warten und dann kommen die einfach nicht raus, weil es technisch irgendwie Probleme gibt. Und dann kommt das Spiel anstatt auf Retail raus, kommt es dann nur noch als Download-Spiel raus. Ich wollte gerade DLC sagen. Und das ist immer sehr schade. Also ich persönlich habe immer die physischen Fassungen der Spiele zu Hause. Natürlich muss man dazu sagen, bringt es nicht, wenn man so eine Retail-Fassung zu Hause hat, wenn man das halbe Spiel sowieso noch runterladen muss. Dann bringt mich das natürlich auch nicht weiter. Und ich bin überlegen, ob ich es mir vielleicht noch für die PlayStation 4 vorbestelle. Ähm, die habe ich zwar in einem ganz anderen Raum stehen, aber falls das für die Switch nicht käme, würde ich dann hier alles ummodeln. Ähm, da. Und, äh, dann da schon mal ein paar Folgen mit aufnehmen. Wir schauen mal, wie ich das mache. Erstmal müssen wir schauen, dass wir das hier hinkriegen. Weil die Zeit hier war A, sehr knapp bemessen und B, wie man hier sieht, hier ist ziemlich eng und die Wahrscheinlichkeit natürlich um, äh, ist dann höher, dass man irgendwo hängen bleibt. Und dann verliert man wertvolle Sekunden. Vielleicht muss man hier ein bisschen langsamer, wir probieren natürlich dann hier ein bisschen langsamer und dann jetzt hier auf den Wiesen, sag ich jetzt mal, ein bisschen schneller. Mal gucken, wie wir mit dieser Taktik fahren. Wir müssen uns unbedingt merken, hier am Strand, wie wir hier reiten müssen. Ich glaube, ich muss ja dann ganz nach rechts, genau, um dann wieder nach links zu kommen. Wir versuchen mal den, das Ganze mal mit den Springen, weil bisher sind wir immer da drüber rumgeritten, aber das hilft uns auch nicht weiter. 55 Sekunden, also auch dieselbe Zeit, dann können wir auch lieber drüber rumreiten. Und dann, äh, sind wir auf der sicheren Seite, dass wir da nicht hängen bleiben. Ich wollte mal hier nach Natur oder Ähnlichem gucken. Ja, okay, wir reiten mal so ein bisschen. Wir müssen auch noch, ey Leute, wir haben hier noch so viel zu tun in diesem Spiel. Ich weiß immer nicht so ganz, wie ich das hier anfangen soll. Wir haben noch überall solche Missionen, die haben wir jetzt geschafft, aber überall noch solche Bonus-Missionen. Ähm, da haben wir noch Truhen zum Suchen. Wir, ähm, müssen natürlich dann auch gucken, dass wir die Rennen alle bestreiten. Und wir müssen dann auch noch unseren Hof erweitern, dass wir auf mehr Sterne kommen. Ähm, und, ähm, also ich hatte so einen groben Plan im Kopf, aber den verwerfe ich auch immer wieder nach einem Spiel. Also ich hatte erst überlegt, ob wir, oh, hier kommen wir gerade her. Okay, jetzt bin ich natürlich ein bisschen doof geritten. Ob wir erst gucken, dass wir die, ähm, alle, also dass wir erst alle Rennen machen. Und dann, äh, und uns, äh, um den Rest kümmern. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Na, die Trainingsstrecke wollen wir jetzt nicht nochmal versuchen. Wir schauen mal so ein bisschen hier um. Ob wir noch was, äh, finden. Deswegen dieses Spiel, das, ähm, kann schon so einige Stunden, äh, verschlingen, sag ich jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen übertrieben. Was ja auch schön ist, wenn man was zu tun hat. Also langweilig wird hier ein auf jeden Fall nicht. Man hat immer was zu tun. Und was ich halt so schön finde, das war nur meine persönliche Meinung, wenn man, ähm, sich quasi die Reihenfolge aussuchen kann, was man jetzt zuerst machen möchte und was nicht. Dass man nicht gezwungen wird, dass man sagt, ja, du musst erst, also ich sag mal als Beispiel, erst diese drei Rennen machen und dann musst du das machen und dann musst du das machen. Sondern einfach, wir können uns das eigentlich alles selbst aussuchen. Und, ähm, das mag ich bei Spielen eigentlich immer sehr, sehr gerne. Man, wir müssten jetzt natürlich auch, äh, jetzt sagen, ja, wir müssten jetzt nicht jede Woche Sonntag hier, äh, ein Rennen absolvieren, aber, ähm, eigentlich hätte ich das doch lieber so zuerst aus dem Kopf. Ich bin irgendwie so ein Mensch, ich weiß nicht, wie es, äh, bei euch ist, aber ich arbeite erst, äh, Sachen komplett ab, bevor ich, ähm, mich, äh, auf was anderes stürze, sag ich mal. Ja, das ist, äh, das ist, äh, jetzt natürlich auch ein bisschen, ähm, berufsbedingt bei mir, dass ich erst in aller Ruhe, äh, alles abarbeiten muss, bevor ich mit dem nächsten Schritt anfangen kann. Ansonsten wird meine Arbeit nicht gut. Und nicht gut ist, äh, halt nicht, äh, gut. Das war jetzt eine Weisheit, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit ausdrücken will. Und das habe ich in solchen Spielen halt auch, dass ich halt, auch wenn ich die freie Wahl habe, erst wirklich eine Sache, ähm, wirklich ganz gerne zuerst zu Ende bringe. Und dann das nächste. So hatte ich es beim Vorgänger, glaube ich, gemacht. Ich hatte ja, glaube ich, erst die Rennen gemacht. Man konnte ja immer nur drei Rennen machen und dann, äh, ähm, ging es halt nicht weiter. Und dann habe ich den Rest auf Vordermann gebracht und dann ging es ja hinterher nach dem Erreichen des Sternes dann wieder weiter. Ähm, aber auch da hatte ich meines Wissens erst, ähm, immer die Rennen absolviert. Ich hoffe jetzt, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube, so habe ich das gemacht. So, wir haben jetzt schon wieder knappe zehn Minuten auf Uhr. Ich würde sagen, ich werde die Folge jetzt hier auch beenden. Und, ähm, bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Ich werde jetzt offscreen noch ein wenig Geld hier verdienen. Ich würde sagen, wir... Ach, ein Pferd machen wir zusammen, ein Kunden, sage ich jetzt mal. Äh, die paar Sekunden nehmen uns jetzt noch Zeit. Und dann werden wir... Die Folge wird ein sehr schönes Pferd. Von der Musterung. So. Und, ja. Und ich würde sagen, damit bende ich die heutige Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.